Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, wenn es um die Auferstehung geht, dann ist das eine Sache, die man glauben muss, der man vertrauen muss. Man muss schon bestätigen, dass Glauben nicht immer einfach ist, dass Vertrauen nicht immer einfach ist. Und ich habe Kinder zu Hause und die sind alle verschieden. Aber wenn man ein Kind oben hinstellt und sagt, spring zu mir, sind die alle verschieden. Der eine traut sich nicht, der andere fragt, fängst du mich auch auf? Meistens, je kleiner die Kinder sind, desto vertrauensvoller sind sie. Sie schmeißen sich einfach hin, sie vertrauen. Und wisst ihr, dieses Vertrauen, was sie schon haben, es hat sich aufgebaut mit der Zeit, weil da eine Beziehung da war, weil sie dieser Person vertrauen. Sie würden das nicht bei jedem machen. Und genauso ist das auch in der Auferstehung. Der Herr Jesus, er ist nicht nur auferstanden, sondern er hilft zu glauben. Er hilft an seine Auferstehung zu glauben. Vor allem zuerst lehrt er über die Auferstehung. Er sagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Nun stellt euch vor, ein Mann sagt seiner Frau, ich fahre für drei Tage weg. Am zweiten Tag versucht die Frau, ihren Mann zu erreichen. Kriegt ihn nicht erreicht und fällt in Trauer und sagt schon allen anderen, er ist wahrscheinlich gestorben, er kommt gar nicht mehr wieder zurück. Und vertraut einfach nicht, wartet erstmal nicht ab, dieses, was hat er gesagt. Und das würde jeder so sagen, was hat denn dein Mann gesagt? Nach drei Tagen, wie viele Tage sind vergangen? Zwei Tage. Dann warte doch erstmal noch einen Tag. Der Herr Jesus hilft zu glauben. Vor allem auch, wenn es um die Ereignisse, um den Grab geht. Er braucht den Stein nicht wegwälzen, um auferstehen zu können. Aber er hilft denen, die an diesen Grab herankommen, er hilft denen zu glauben, dass er wirklich auferstanden ist. Du kannst in dieses Grab hineinschauen. Und noch etwas Besonderes, schon gestern wurde das kurz erwähnt, der Herr Jesus war ja umwickelt mit Grabtüchern. Und es ist sehr aufwendig, diese Grabtücher, wenn man sie aufwickelt, das ist ein Aufwand. Man balsamierte die Leiche und umwickelte damit. Und wir sehen bei Lazarus, als er herauskommt, kommt er mit diesen Tüchern raus und der Herr Jesus sagt, bindet ihn los. Also das war erstmal, das dauerte erstmal, bis man das, bis man diese Binden löste. Und wisst ihr, als die Jünger Petrus und Johannes, sie kommen zu diesem Grab, sie schauen in das Grab und ein Jünger, heißt es, er sah und glaubte. Was sah er denn? Eigentlich sah er nichts. Und doch sah er etwas. Und das heißt, er sah die Grabtücher liegen. Also, wie schon auch erwähnt, man könnte sich so vorstellen, der Herr Jesus war in diesen Grabtüchern. Und wenn man nur den lebendigen Leib herausnimmt, liegen die Grabtücher alle schön umwickelt. Und das heißt, und der Kopfteil lag besonders, weil halt der Kopf ist vom Leib getrennt. Wenn jetzt jemand kommen würde, um die Leiche des Herrn Jesus zu klauen, der würde sich nicht diesen Aufwand machen, diese Leinentücher abzumachen und sie dann ordentlich wieder versuchen, dort aufzuwickeln, damit es genauso aussieht wie der Leib. Selbst wenn einer diesen Leib verlegen würde, also eine gute Absicht von den Jüngern, den Leib zu verlegen, damit er woanders liegt, würden sie dies auch nicht machen. Und Gott gibt immer wieder im Laufe der Auferstehung Anzeichen, um dir zu helfen, dass es wirklich eine Auferstehung war, dass es nicht anders sein konnte. Heute möchte ich einfach zusammenfassen über die Ergebnisse der Auferstehung, auf die Ergebnisse der Auferstehung nochmal aufzeigen und dass wir sehen, wie, wenn die Auferstehung nicht da wäre, wie es alles einfach keinen Sinn macht. Man könnte sagen, unser Glaube besteht aus vielen Gliedern, Kettengliedern, Aber die Auferstehung, sie bringt diese Kette, das Ende und den Anfang, sie bringt das zusammen. Ohne die Auferstehung ergibt es alles keinen Sinn. Zum Beispiel der erste Punkt, im Alten Testament wurde die Auferstehung gelehrt. Und schon vorhin haben wir gehört von den Emmausjüngern, und als der Herr Jesus diesen begegnete und sie erkennen ihn nicht, und dann macht er mit ihnen eine Bibelstunde auf dem Weg nach Emmaus, sind ungefähr elf Kilometer, und wir würden bestimmt alle gerne bei dieser Bibelstunde dabei sein, weil der Herr Jesus versucht jetzt auch diesen zwei Jüngern, wie sie genannt werden, zu helfen, zu glauben. Er erinnert sie an die Dinge, die sie schon kennen, und er beginnt bei den Propheten, er beginnt im Alten Testament, und ich lese das nochmal, Lukas 24, ab 26, musste der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Nun, hier können wir schon ein Prinzip auch für unser Leben lernen, wenn Menschen nicht glauben können, es reicht nicht zu sagen, du bist einfach zu blöd dafür, also ich kann dir nicht helfen, sondern wir sehen, wir müssen lernen, ihnen zu helfen, das sehen wir an den Herrn Jesus, wer nicht einfach sagt, oh Mann, einfach drei Jahre mit euch rumgegangen, jetzt habe ich keine Lust mehr auf euch, sondern wir sehen, wer sich die Zeit nimmt, wer ihnen begegnet, er weiß, sie sind traurig, er weiß, dass sie da herausgeholt werden müssen, und er beginnt, ihnen die Dinge auf einmal in Erinnerung zu bringen, die sie schon kannten. Musste nicht das alles erfüllt werden, und erinnerte sie an das, was sie schon aus dem Alten Testament glaubten, also er ging mit ihnen durch das Alte Testament durch. Das heißt, die Auferstehung Jesu Christi ist schon mal ein Beweis des Alten Testaments, was vorhergesagt worden ist, das musste sich erfüllen, und eine Stelle haben wir auch gehört, aus Psalm 16, wo es darum geht, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben, und dein Getreuer wird die Verwesung nicht sehen. Und nun später, Petrus bezieht sich drauf und sagt, unser David, unser Prophet David, der dies geschrieben hat, der hat die Verwesung gesehen, wir sehen sein Grab, aber das war auf die Auferstehung Jesu Christi bezogen. Also es war die Erfüllung, die Auferstehung Jesu war die Erfüllung des Alten Testaments, es war auch die Erfüllung des Neuen Testaments, wie wir auch schon die Tage gehört haben, Jesus selbst hat es immer wieder, also ich glaube drei, vier Mal steht es in den Evangelien, aber wir können vermuten, dass er es auch öfters den Jüngern gelehrt hat, zum Beispiel in Lukas 18, 33, sie werden ihn geiseln und töten, und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Er bereitete seine Jünger vor, um das zu glauben. Christus machte es nicht einfach so, wie er es nie gesagt hat, und am dritten Tag ist er auferstanden und sagt, Überraschung, ich bin da, ich wollte euch mal so wirklich überraschen. Nein, er bereitet sie darauf vor, er lehrte sie einige Male. Wir sehen bei der Verweckung von Lazarus, da sagt der Herr Jesus zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, Herr, ich weiß, dass er auferstehen wird am letzten Tag. Das heißt, Martha hatte ein Konzept aus dem Alten Testament auch, man wusste, dass es eine Auferstehung sein gibt. Und der Herr Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Christus sagt, ich bin die Quelle der Auferstehung. Ich bin, ich werde nicht nur auferstehen, sondern ich bin die Quelle der Auferstehung. Jeder, der je auferstehen wird, wird seinen Grund daran haben, weil Christus wird der Grund Christus sein, dass er auferstanden ist, weil er die Quelle der Auferstehung ist. Die Auferstehung Jesu Christi ist auch ein Beweis der Sohnschaft Gottes, dass Gott, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und das lesen wir im Römer 1, Vers 4. Römer 1, Vers 4. Dort wird es genannt, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch die Auferstehung wurde er nicht Sohn Gottes, sondern es wurde bewiesen, dass er der Sohn Gottes ist. Es war ein wichtiges Ereignis, denn wir sehen, wie der Herr Jesus in Schwachheit gekreuzigt wurde, wie er gelitten hat, wie er auf jede Hilfe verzichtet hat, obwohl er diese Hilfe holen könnte durch Legionen von Engeln. Aber wir sehen, er verzichtet darauf, er stirbt in Schwachheit. Man könnte sagen, er ist schwach. Und wenn er im Tod geblieben wäre, wäre er schwach. Dann würden wir uns fragen, was ist das für ein Sohn Gottes, der so schwach ist und den der Tod festgehalten hat. Ohne seine Auferstehung könnten wir wirklich, wie die Emmaus-Jünger sagen, wir aber dachten, aber nun ist er tot. Wie kann er der Sohn Gottes sein, somit Gott? Wenn er tot ist. Und stellt euch mal vor, so ein Beispiel. Dein Chef sagt dir, ab nächsten Monat bekommst du eine Gehaltserhöhung und du freust dich schon drauf. Das Problem ist, ein paar Tage später stirbt dieser Chef und sein Versprechen, was er gegeben hat, weiß niemand davon. Die Sekretärin weiß nichts davon. Du erzählst das jedem und sie wissen nichts davon. Sie werden es auch nicht umsetzen, weil sie nichts davon wissen. Und nun hast du ein Problem. Du hast dich zu früh gefreut und deine Hoffnung, die du hattest, die ist tot. Warum? Weil derjenige, der es gesagt hat, der lebt nicht mehr. Aber stell dir vor, auf einmal steht dieser Mensch, dieser Chef von den Toten auf und du wirst zweimal jubeln. Einerseits, weil jetzt wird bewiesen, dass du recht hattest, dass du nicht gelogen hast. Aber einerseits wird sich das erfüllen, was er versprochen hat, weil er nun lebt. Und genauso ist es mit Christus. Alle seine Verheißungen, die er gegeben hat, die sind ja nichts, wenn er tot bleibt. Wir können uns nicht an diese Verheißungen klammern, weil derjenige, der diese Verheißungen gibt, der lebt nicht mehr. Zum Beispiel sagt er, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Nun, wie willst du einem nachfolgen, der tot ist? Wie soll man ihm folgen? Oder der Herr Jesus sagte in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dann wirst du sagen, nun wie soll ich zu einem Toten kommen? Und wie soll ein Toter mich erquicken? Es macht alles keinen Sinn, aber seine Auferstehung gibt allen Hoffnung, die sich auf seine Verheißungen geklammert haben, die ihm nachgefolgt sind. Die Auferstehung beweist, dass er der Sohn Gottes ist, somit, dass er Gott ist. All die außergewöhnlichen Wunder, die niemand davor tun konnte, aber im Alten Testament wurden einige Wunder vorausgesagt, die sich im Messias erfüllen sollten. Und nun sehen sie, dass dieser Messias diese Wunder tut. Und sie fragen, ist das nicht der Sohn Gottes? Ist das nicht der Messias, auf den wir warten? Und die Pharisäer sagen, das ist der Teufel in ihm. Er tut das durch den Belzebub. Und der Herr Jesus sagt, ab jetzt, das hat der Bruder vorhin auch schon gelesen, ab jetzt wird euch kein Zeichen mehr gegeben, dass ich der Messias bin, außer ein Zeichen des Propheten Jonah, wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauche des Fisches war. So wird es auch mit dem Sohn des Menschen sein. Das wird euch noch ein Zeichen gegeben, dass ich wirklich der Sohn Gottes bin, dass ich der Messias bin. Weil er der Sohn Gottes ist, konnte der Tod ihn nicht halten. Stellt euch vor, ihr habt einen Ball. Jeder hat das schon bestimmt gemacht. Wenn man im Wasser ist, man hat einen Ball und man versucht, diesen Ball unter Wasser zu halten. Wie lange kannst du das machen? Nicht lange. Dieser Ball, der schießt raus aus diesem Wasser. Und genauso ist das auch mit dem Herrn Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil der Tod nichts an ihm hatte. Er konnte ihn nicht halten. Und so lehrt uns das Neue Testament, dass so gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Wir sind in Jesus Christus. Wir können uns das so vorstellen. Wir sind in diesem Ball. Und dieser Ball, es ist unmöglich, ihn in den Tod zu ziehen. Es heißt, er musste den Tod schmecken. Also er berührte das Wasser kurz. Er war kurz eingetaucht, aber er ist wieder so dort herausgekommen. Er musste den Tod für uns schmecken. Sei nicht ungläubig, was das Wesen Christi betrifft. Er ist nicht nur ein Prophet. Das ist viel zu wenig. Oder er ist nicht ein guter Mensch, wie andere sagen. Er ist ein Lehrer. Er ist der Sohn Gottes. Und die Auferstehung Jesu Christi beweist dies. Die Auferstehung Jesu ist auch ein Beweis, dass sein Opfer angenommen worden ist. In Römer 4 haben wir auch in den Tagen gehört, Römer 4, 25, dass er zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist. Stellt euch vor, wir sind zum ewigen Tod verurteilt, weil wir Sünder sind. Und der Sollte Sünde ist der Tod. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ich will euer Stellvertreter sein. Ich werde in diesen Tod hineingehen und ich werde euch alle aus diesem Tod herausreißen. Nun, wie will er uns erretten, wenn er nicht selber aus diesem Tod herauskommen kann? Wenn er nicht aufersteht, dann wäre ja der Spruch der Spörter legitim. Anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen. Er hat versprochen, uns vom Tod zu erretten. Jetzt ist er da hineingegangen und kann da selber nicht heraus. Warum sollten wir daraus kommen, wenn unser Stellvertreter es nicht schafft? Aber weil Christus auferstanden ist, kannst du sicher sein, dass dieser ewige Tod wirklich nicht mehr von dir gefordert wird, wenn du dich an Christus klammerst, wenn du in Christus bist. Erst wenn ein Gefangener aus dem Gefängnis herauskommt, weiß man, dass seine Schuld abbezahlt ist. Das Grab ist leer. Die Auferstehung Jesu gibt auch uns eine Heilsgewissheit. In 1. Korinther 15, 17 bis 18 heißt es, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Geschwister, wenn unsere Frage der Sünde, unserer Schuld, unserer Sünde, wenn diese nicht gelöst ist, dann kannst du keine Heilsgewissheit haben. Du weißt nie, ob die eine Sünde noch, ob sie getilgt ist oder die, und du denkst an all deine Sünden und du versinkst einfach in Zweifeln. Wenn die Frage der Sünde nicht geklärt ist, kannst du keine Heilsgewissheit haben. Dann bist du verloren. Du bist verloren. Und die, die in Christus Entschlafenen sind, sie sind auch verloren. So steht das hier in unserem Text. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Aber weil Christus auferstanden ist, wer will dich verurteilen? Wenn dein Leben in ihm verborgen ist, wer will dich verurteilen? Und das schreibt Paulus in Römer 8, Vers 34. Wer will verurteilen? Christus ist doch derjenige, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Derjenige, der deine Schuld bezahlt hat, lebt. Und du kannst auf ihn verweisen. Da sitzt er, zu Rechten des Vaters, befragt ihn. Wenn du Probleme mit der Heilsgewissheit hast, als Ungläubiger, dann ist das ganz normal. Dann ist das richtig. Wenn du ungläubig bist und Probleme hast mit Heilsgewissheit, ist das ganz normal. Weil du nicht weißt, was mit dir geschehen wird. Weil du nicht weißt, was mit deinen Sünden zu tun ist. Weil du nicht weißt, was nach dem Tod dich erwartet. Aber Gottes Wort sagt, das Gericht, es ist bestimmt, den Menschen einmal zu sterben, danach das Gericht. Aber wenn du ein Gläubiger bist und Probleme mit Heilsgewissheit hast, dann ist das nicht normal. Dann ist das nicht normal. Du zweifelst an den Dingen, die im Wort Gottes geschrieben worden sind. Du zweifelst an den Lehren des Alten und Neuen Testamentes. Du zweifelst an den Herrn Jesus, an den du dich geklammert hast und dir doch nicht sicher bist, ob er dich auch wirklich erretten kann. Du sollst, du oft zweifelst der Mensch an seiner Heilsgewissheit, wenn er auf seine Unvollkommenheit schaut. Aber das ist der falsche Blickpunkt. Du sollst auf den Herrn Jesus, auf den Vollkommenen schauen, auf das vollkommene Opfer, was er gebracht hat. Auf das, was der Vater gesagt hat. Dies ist mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Nun, mit der Auferstehung Jesu Christi ist auch möglich geworden, dass der Heilige Geist auf diese Erde kommt. Der Herr Jesus lehrte in Johannes Evangelium 16, 7, Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Wenn der Herr Jesus nicht auferstanden wäre, würde er nicht in den Himmel gehen. Und so würde er nicht diese Verheißung geben, die er versprochen hat. Wir würden als Weise hier zurückbleiben, auf uns allein gestellt. Wir wären schwach, einfach ohne Gottes Beistand. Und letztendlich, wer den Geist Christi nicht hat, der ist auch nicht sein. Dein Leben wäre noch einfach als ein kraftloses Leben ohne den Heiligen Geist. Aber die Auferstehung hat diese Auferstehungskraft ermöglicht. Und das lehrt Paulus in dem Epheserbrief, in Kapitel 1 in seinem Gebet, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Also diese Kraft der Auferstehung, sie wurde erst ausgelöst, als der Herr Jesus auferstanden ist. Ist dein Leben ein siegreiches Leben? Ist die Kraft der Auferstehung sichtbar in deinem Leben, wenn du dich zu Christus bekennst? Und das wird sichtbar in der Frucht des Geistes, weil der Geist Gottes, er wirkt diese Kraft, er produziert diese neue Frucht, die du vorher nicht wirken konntest. Liebe, Geduld, Freude, Friede, Selbstbeherrschung. Kannst du das von deinem Leben bezeugen, dass es so ist, dass diese Kraft der Auferstehung sichtbar ist? Und damit sehen wir deutlich, dass die Auferstehung Jesu Christi, sie hat eine praktische Anwendung an unser Leben. Nun, die Auferstehung Jesu Christi ist auch eine Garantie, dass wir auferstehen werden. Auch das lehrte der Jesus im Johannes-Evangelium. Er sagte, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wie sollten wir die Gewissheit haben, dass wir auferstehen werden? In Römer 6, Vers 5 heißt es, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Die Gläubigen an Christus, die werden dieselbe Auferstehung erleben wie der Herr Jesus. Christus ist der Erstling dieser Auferstehung. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Und wir würden uns fragen, nun, es waren ja schon immer Leute auferstanden, auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament, Lazarus zum Beispiel. Aber diese Leute, die hatten nicht diese Auferstehung durchlebt, die der Herr Jesus durchlebt hat. Er ist der Erstling dieser neuen Art der Auferstehung. Das ist die Auferstehung in einem verherrlichten Leib. All die, die auferstanden worden sind, die mussten wieder sterben. Sie sind in ihrem schwachen Leib auferstanden und mussten wieder den Tod durchleben, auf den sie einige vielleicht verzichten würden. Aber die, die umherstanden, die waren immer zufrieden, als jemand auferweckt worden ist. Christus ist der Erstling, weil es eine neue Art der Auferstehung war im verherrlichten Leib. Das war das Ergebnis seiner Bezahlung, dass unsere Sünden getilgt sind. Und jetzt trennt uns nichts mehr von Gott. Somit ist die Möglichkeit wirklich geschaffen, jetzt ewig mit Gott zu leben. Nur ein Problem, dass unser Todesleib noch an uns hängt, aber der wird ersetzt. Wir werden einen verherrlichten Leib bekommen, um die Möglichkeit, uns zu geben, das ewige Leben mit Gott zu leben. Seid nicht traurig, wenn ihr alt werdet, wenn ihr grau werdet, wenn ihr gebrechlich werdet. Ihr älteren Geschwister, das ist ja, man will ja nicht alt werden, das alles tut weh und man wird traurig. Man erinnert sich, wie sportlich man war, wie kräftig man war und das zieht einen runter einfach, dass man einfach gebrechlich ist. Aber seid nicht traurig. Ihr werdet eine Auferstehung oder wir alle, die wir an Christus glauben, werden eine Auferstehung erleben in einem verherrlichten Leib und an dem wird nichts mehr mangeln. Nichts mehr mangeln. Die Auferstehung Jesu macht ihn nicht nur zum Vertreter der Gläubigen, die Auferstehung Jesu macht ihn auch zum Richter für die Ungläubigen. Das schreibt uns Paulus in Apostelgeschichte 17, 30 und 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Gott macht Jesus zu den Vertretern der Menschen vor dem Gericht Gottes. Wenn der Sünder den besten Anwalt für sich ablehnt, der ihn am besten vertreten kann, wenn er diesen ablehnt, wird dieser Anwalt selbst zu seinem Richter werden. Ich wollte dir helfen, aber du hast nicht gewollt. Nun wirst du nach der ganzen Stränge des Gesetzes beurteilt werden und du wirst garantiert verdammt werden. Du wirst nicht bestehen können. Und letztendlich lehrt uns die Schrift, dass letztendlich jedes Knie sich von diesem Herrn Jesus beugen wird und bekennen wird, du bist wirklich Herr. Stellt euch dieses Ereignis vor und Gott der Vater hat es so bestimmt, dass Christus die zentrale Person wird für die Gläubigen, die sich an ihn klammern. Aber er wird auch die zentrale Person sein, wenn es dann im Gericht geht um die Ungläubigen. Wenn du nicht im Glauben bist, dein Richter lebt. Für dich wäre es besser, wenn dein Richter tot wäre. Aber wenn du dich an ihn klammerst, an diesen Lebendigen, wenn du ihn bittest um Erbarmen, wird er sich zu deinem Anwalt werden, der alle Kosten selber, der all deine Schuld selber übernimmt. Ihr Gläubigen, euer Vertreter lebt ewig, um für dich einzutreten und du hast ihm alle Rechte überlassen und du weißt, dass er deine Sache gut führen wird. Und wenn du vor Gott trittst, dann kannst du sagen, ich habe alle Rechte an diesen Mann, der dort zu deiner Rechten sitzt. Ich habe alles ihm übergeben. Wenn er mich nicht vertreten kann, dann habe ich keine Chance. Aber Christus ist auferstanden. Er ist zu Rechten des Vaters, hat er sich gesetzt, um für uns zu beten, um uns zu vertreten. Er sieht uns in unseren Nöten. Er sieht uns in unseren Traurigkeiten. Und er vertritt uns. Er betet. Die Auferstehung Jesu brachte ihn wieder zur Herrlichkeit. Und das lehrt Petrus im Kapitel 1, Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Jesus betete schon im hohen priesterlichen Gebet und er sagte, nun, Vater, verherrliche mich bei mir selbst mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Also diese Herrlichkeit, die ich im Himmel hatte, gib sie mir wieder. Gib mir wieder diese Herrlichkeit. Und doch ist es etwas Neues. Christus als der ewige Gott hatte von Ewigkeit die Herrlichkeit Gottes gehabt. Aber nun erarbeitet er im Fleisch diese Herrlichkeit. Als er Fleisch geworden ist, als er die Gestalt eines Menschen annahm, erarbeitete er in diesem Leben diese Herrlichkeit Gottes, die ihm dann verliehen worden ist. Warum ist das wichtig? Weil du, der du in Christus bist, dadurch dieselbe Herrlichkeit schon bekommen hast. Und dies wird noch deutlicher, wenn wir in unseren verherrlichten Leibern auferstehen werden. Weil all das, was Christus erarbeitet hat, all das, was ihm gehört, werden auch wir bekommen. Und Johannes 17, 22, dort heißt es, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Und dass sie ein sein, gleich wie wir ein sind. Gott, der Vater, ist dir dadurch so nah und du bist ihm dadurch genauso kostbar wie sein eigener Sohn. Weil du dieselbe Herrlichkeit hast wie der Sohn. Und du hast sie nicht erarbeitet. Du hast sie geschenkt bekommen durch Glauben an diesen Sohn Jesus Christus. Er musste schwitzen. Er musste arbeiten. Und du genießt einfach diese ganzen Vorrechte. Und Geschwister, ich möchte euch aufrufen, lasst uns das, was Gottes Wort uns lehrt, lasst uns das suchen, was droben ist, wo der Christus sitzt. Lasst uns nicht in die Geschäfte dieser Welt uns verwickeln. Ja, wir sind irgendwie da drin. Lasst uns sie einfach dazu gebrauchen, um zu leben. Aber lasst uns sie nicht zu unserem Leben machen. Lasst uns auf unsere wahre Berufung schauen. Wir sind Kinder Gottes. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir schauen über dieses Leben hinaus, über diese Welt, über den Tod hinaus. Wir schauen auf das Himmlische. Lasst uns völlig uns hingeben, diesen auferstandenen Herrn Jesus nachzufolgen. Er sagt, jedes Glas Wasser wird belohnt im Himmel, wenn du es einem gereicht hast, der Christus angehört. Du kannst kein Gläubiger sein, wenn du nicht glaubst an die Auferstehung Jesu Christi. Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi, das sind die zwei Seiten einer Medaille. Die Auferstehung Jesu wird sichtbar in jedem Gläubigen, denn dadurch wurde die Auferstehungskraft freigesetzt, dass der Gläubige nicht mehr in der Herrschaft der Sünde ist. ist es so in deinem Leben, siehst du siegreich auf Dinge, die du überwunden konntest in deinem Leben und wenn es so ist, dann bete mit Paulus, dass du weiter auch diese Kraft erkennst, dass sie weiter diese Auferstehungskraft in deinem Leben wird. Wenn du noch nicht merkst, dass die Sünde Programm ist in deinem Leben, dass die Sünde dich beherrscht, dann musst du dich bekehren zu Gott. Du musst erkennen, ich brauche eine neue Natur. Diese Natur werde ich nicht umgewöhnen, um die Sünde nicht mehr zu tun. Du brauchst eine neue, du brauchst die Wiedergeburt. Und Johannes 8, 36 lehrt uns, wenn euch nun der Sohn freimachen wird, so seid ihr wirklich frei. Und das heißt nicht, dass ihr nie mehr sündigen werdet, sondern die Sünde hat keine Macht mehr, euch zu beherrschen. Die Sünde hat nicht mehr das Sagen in eurem Leben. Wenn du ein Gläubiger bist und bestimmte Sünden merkst, dass sie dich gefangen nehmen, dann bringe sie ans Licht. Nehme der Sünde der Kraft, indem du sie an die Öffentlichkeit bringst, indem du sie bekennst. Der Herr Jesus wird sie dir vergeben. Und das ist der erste Schrift, damit dir geholfen wird, diese Sünde zu überwinden. Und dann kannst du dir Brüder suchen, die dir helfen werden, auch da herauszukommen und die Sünde zu überwinden. Lasst uns auch jetzt in kurzen Gebeten aufs Neue nochmal danken für all die Vorrechte und Christus loben, dass er auferstanden ist. Amen.